So, unsere Welpen sind jetzt so etwas über anderthalb Wochen, noch ein paar Tage, sonst ist es wie Wochen alt. Wir fangen an schon die Äuglein zu öffnen. Die werden schon immer aktiver jetzt auch. Krabbel, krabbel. Wir sind mit der Entwicklung sehr zufrieden. So, dann gucken wir mal, ob wir da haben. Uiuiui, Männchen. Uiuiui. Das ist auch ein kräftiger Junge. Ach, das ist ein Momo. Das ist der Momo, genau. Der ist schlecht zu erkennen. Das ist ein Kärchen. Noch ein Junge. Uiuiui. Schön, ein Kärchen. Ein kleines Mädchen. Mädchen, ja, süße kleine Maus. Ein Junge. Ja, hi. Ach, da ist der Panda, der ist auch sehr markant. Ja. Und sie kuscheln. So, aber eine frische Luft ist gut für die Kleinen. Schön in der Sonne her. Ja, fein. Ja, noch ein Kleinen. Junge. Ja. Fein. Und da haben wir noch das dicke Mädchen. Ja, da ist der dicke Mädchen. Kleine mit der Izzy. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit den Kleinen. Sie entwickeln sich sehr gut. Die bekommen jetzt in die Woche ihre erste Wurmkur. So, und eine Woche ungefähr noch, dann werden wir auch anfangen zuzufüttern, die Mama zu entlasten. Und dann geht die Action richtig los. Und dann fangen sie schon an, ihre Umwelt zu erkunden und halt aufzunehmen. Ein Knäuel. Und dann fangen sie schon an, ihre Umwelt zu erkunden. Und dann fangen sie an, ihre Umwelt zu erkunden. Und dann fangen sie an, ihre Umwelt zu erkunden. Und dann fangen sie an, ihre Umwelt zu erkunden. Und dann fangen sie an, ihre Umwelt zu erkunden. Und dann fangen sie an, ihre Umwelt zu erkunden. Und dann fangen sie an. Und dann fangen sie an.